Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Tod zur besten Sendezeit. Die Einsatzbesprechung bzw. der einzige Text, der uns bleibt, lautet Es gibt einen Mann, dessen Aktivitäten die Outcasts und alle anderen, die es wagen, sein Territorium zu betreten, bedrohen. Er muss aufgehalten werden, ehe die Zahl seiner Opfer dramatisch ansteigt. Gut, ja, wissen wir Bescheid, nicht? Ja, wir sind relativ in der Nähe. Diesmal wurden wir tatsächlich etwas weiter weg aufgesetzt. Aber gut, ich höre Murmurs. Ah, da sind sie. Wir haben fünf Murmurs, aber die sollten kein Problem darstellen, denke ich. Ein Auto wäre allerdings ganz nett. Es sind zwar nur noch 350 Meter, aber... Du brauchst ja keinen Überblick zu verschaffen. Das ist Verschwendung. Team, zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will den Busch, ich will den Busch. Dankeschön. Knapp war es. Ach, ich habe ja noch den Teammitglieder-EP-Balken an. Das war keine Absicht, aber hey. Lassen wir gerade an. Ich will jetzt nicht wieder ins Menü gehen. Ich habe gerade gedacht, da liegt einer. Da, oben müssen wir hin. Ach so, und da höre ich eine Bodendrohne. Schau ich mir mal an. Wo ist die Bodendrohne? Da, unten drin. Okay, sichern Sie die Müllhalder. Ja, ist ja kein Wunder, weil deine Scheiß-Drohne auf die geschossen hat. Mann. Spacko. Deshalb finde ich es kacke, wenn die KI-Kameraden die Fähigkeiten einfach so benutzen, ohne dass ich was dagegen tun kann. Bäm. Du bist hier im Netz Königreich nicht willkommen. Ich weiß, dass du meine geliebten Drohnen verletzt hast. Eindringlinge sind im Königreich nicht erlaubt. So verkündet es König Nett. Das war's, alles klar. König Nett. Flenders, oder was? Und jetzt? Untersuchen Sie die Übertragung. Ähm, ja. Würde ich tun? Wo soll ich das tun? Oder muss ich das hier im Menü machen? Nein, da nicht. Untersuchen Sie die Übertragung, ja. Ach. Ist einfach mich da hin? E drücken, oder H? Was muss ich denn tun? Mein Gott, Spiel. Sag mir, was ich drücken soll. Naja. Dafür müsste ich ja einfach nur das HUD aktivieren. Warte mal. Da geht ja ein Kabel lang. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal den Kabel nach. Vielleicht bringt das ja was. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel markieren. Ziel auf die Flugdrohne. Es regnet Drohnen. Ich weiß nicht, ob ich da hinten jetzt hätte irgendwas drücken sollen. Ich laufe jetzt einfach mal den Kabel nach. Sammle vielleicht noch die Drohnen-Teile ein. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo sind die anderen beiden? Keine Ahnung. Egal. Also kam von da hinten. Dahin weiter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Aber ich habe eben H gedrückt. Und ich habe E gedrückt. Und sogar F habe ich gedrückt. Aber es ist bei keiner Taste irgendwas passiert. Deshalb. Da ich das HUD nicht aktivieren will, laufe ich jetzt einfach mal dem Kabel nach. Zur Not muss ich eben wieder zurückrennen. So. Das Kabel geht da zum Haus. Und da oben ist noch eine Kiste. Ja, geh hoch. Ja, hoch. Mein Gott, Nomad. Waffenteile. Okay. So, hier ist nichts. Zum Generator oder so. Oh Mann, klettert doch nicht überall drauf. Da unten vielleicht irgendwas. Nö. Also das war ein Kalter. Dann muss ich wohl wieder zurück. Aber vielleicht kann ich ja mal im Fallschirmsprung zurück. Oder zumindest ein gutes Stück der Strecke per Luftlinie nehmen. Das wäre mir ganz lieb. Nein, nicht so knapp über den Boden. Ich habe keinen Auftrieb. Irgendwie ist hier näher man über dem Boden ist. Mag realistisch sein, weiß ich nicht. Kann sein, dass es realistisch ist. Aber ich weiß es halt nicht, dass man so knapp über dem Boden halt kaum noch Auftrieb hat. Man wird dann quasi wie ein Magnet von der Erde angezogen. Nennt sich Gravitation. Nee, das meine ich nicht. So, geh ich nochmal da hin. Fertig aus, Boss. Trinkst du genug? Äh, nee, ich trink gar nichts im Moment. Ich drücke H. Ich drücke R. Erst nachladen. Ich drücke F. Ich drücke E. Passiert nichts. Ist da vielleicht irgendwo ein... So ein... Weißt du, so eine... Schalttafel oder irgendwas. Weißt du, was ich mache jetzt? Das... Äh... Das entsprechende hat an. Das müssten die zu Fuß... Äh... Steuerungshinweise sein. So. Zu Fußsteuerungshinweise sind an. Ja, hier steht mal queren. So, jetzt gehe ich hier immer nochmal raus. So. Steht aber... Auch nix. Gutes Ding, Ghost Lead. Sag mal. Was soll das? Was soll der Blödsinn? Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin überfragt. Ah, jetzt und jetzt hardrücken. Wie dumm. Klasse. Und dafür musste ich jetzt da hin. Und jetzt soll ich doch da hinten hin. Den Kabeln folgen. Eieieiei, Spiel. Man kann's auch übertreiben. Dann eben wieder zurück. Und jetzt ist da irgendwas. Was vorher nicht da sein konnte. Weil Nomad nicht zwei Sekunden auf die Bildschirme geguckt hat. Protein. Gib mir Protein. Jetzt sind da oben Drohnen. Ich höre Drohnen. Murmurs. Oder zumindest Flugdrohne und Bodendrohne, höre ich. Ja, jetzt haben wir hier eine Amon. Liner Aim. Und eine Malphas. Feuer auf mein Kommando. Alles klar, Boss. Gehe dort hin. So, und die mach ich. Roger. Wohlhafen. Gut. So, schalten wir ab. Ups. Könnte sein, dass ich vergessen habe, dass die nochmal explodiert. Team, zu mir. Zu meiner Position. Verstanden. Wir kommen zu dir. So, wo soll ich hin? Gut, ich wusste nicht. Nein. Nein. Ich wollte nicht. Vielleicht hätte ich mal lesen sollen, was da stand. Ach, verdammt. Er hat zuerst geschossen. Stimmt, hätte ich den sollen befragen. Oh, muss ich das Ding jetzt suchen? Ach nee, ist ganz unten jetzt, gell? Ja. Kann er noch nicht versuchen. Da schlägt's doch zwölf. Äh, hallo? Habe ich wenigstens meinen Schuss wieder? Ja, gut. Dann machen wir das eben jetzt nochmal genauso. Und dann lesen wir einfach mal die Missionsbeschreibung. Feuer auf mein Kommando. So, verhören Sie den Hacker. Vielleicht hätte ich ihm einfach keinen Headshot geben sollen. Sondern ins Bein schießen. What? Ist die high? Warum war die so schnell wieder fit? Wollt ihr mich verarschen? Team, Feuer frei. Feuer! Wollt ihr mich verarschen? Ist ja noch gefühlt fünf, sechs Schuss schon wieder abgezischt. Los, Vasily. Pack dein Ultragewehr aus. Und wer schießt hier den Raketenwerfer? Drohne, ne? Fällt mir gerade etwas auf, wo ich Vasily gerade so anschaue. Der Kamerad hat ja die Simultanschusswaffe angezeigt. Ja, es piepst die immer noch. Und er da? Rennt da rum. Ich hoffe, die killen den jetzt nicht. Oh, shit. Also, wobei, die machen gar nichts mit dem, ne? Wie es aussieht. Ich hätte gerne eine Blendgranate. Machen wir das einfach wie bei... Ghost Recon Wildlands. Wenn Sikarios verhört werden sollen, planten und greifen. Ach nee, der ist tot. Wir haben ihn doch geschnappt. Oh, da haben wir gepflegt. So, ich gehe mal mit dem da rein. Ins Häuschen rein. Ähm, der Eingang ist auf der anderen Seite. So. Und dann verhören wir ihn hier mal ganz gemütlich. Okay, Schluss mit dem Blödsinn. Ähm. Für wen arbeitest du? Ich will nicht zweimal fragen. Okay, okay, okay. Ich arbeite mit Sentinels. Ich pioniere die Fliegen. Bitte, lass mich nur mein Kuhnigreich haben. Das ist alles, was mir bleibt. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Ned. Sag mir, wo du die Software hast, mit der du die Drohnen kontrollierst. Und wo du die Daten aufbewahrst. Auf einer Art Server? Ich habe alle Informationen, die die Drohnen auf der Insel gesammelt haben, runtergeladen. Und ja, ich bewahre sie auf meinem Server hinten bei den Fernsehern auf. Naja, ich teile sie mit Sentinel. Die lassen mich das Königreich kontrollieren, das ich mir geschaffen habe. Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Du kontrollierst kein Königreich, Ned. Du kontrollierst gar nichts. Sentinel hat dich die ganze Zeit unter Kontrolle. Es tut mir leid, dass du die erste Hälfte von dem, was der Typ gelabert hat, nicht gehört hast. Aber irgendwie hat seine Stimme hier hinten irgendwo festgesteckt. Äh, ja. Gut. Öffnen Sie die Tür. Die Mission ist zum Glück gar nicht verpackt. Kann die jetzt mal aufhören? So, die Tür unten drunter. So. So. Das sind die Server, die sollen wir zerstören. Oder? Ja. Fury. Team, geht dort in Stellung. Geht da drüben in Stellung. Und damit wäre die Mission erledigt. Team, zu mir. Will nicht? Alles klar. Kein Problem. Die Folge ist eh vorbei. Abonnieren, kommentieren. Ihr kennt das Spiel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.